Hallo und herzlich willkommen zu Let's Do It. Ich drehe diesen Teil jetzt noch mal neu, aufgrund dessen, dass sich zwei Sachen ergeben haben, die ja nicht so gut sind. Der eine Punkt ist gut, aber verzögert sich aufgrund dessen. Punkt 1. Ich weiß jetzt nicht, ob der Fehler bei mir oder bei dem Zuschnitt liegt. Das muss ich später gucken zu Hause denn. Jedenfalls fehlen mir sechs Bretter und somit kann ich die kleinen Schubläden nicht bauen. Das ist Punkt Nummer 1. Wie gesagt nicht so schön und auf die Schnelle kriege ich jetzt auch das nicht mehr heran. Der Punkt 2. Da geht es um die Schublädenauszüge und da habe ich relativ lange immer gewartet, weil ich mit jemandem geschrieben habe und habe gehofft, dass ich sie gesponsort bekomme. Ja, das ist jetzt auch der Fall. Also ich werde sie oder ich bekomme sie gesponsort. Allerdings verzögert sich das aufgrund dessen, dass es eben ein bisschen länger dauert, bis sie abgeschickt werden und so weiter. Ja, dafür werde ich den dritten Teil jetzt quasi so ein bisschen aufsplitten. Ich werde zum Beispiel darauf eingehen, wie ich das baue. Einzelheiten aber dann erst, wenn ich die Maschine vorstelle. Weil, wie gesagt, es geht jetzt einfach nur um den Bau, wie ich das gemacht habe. Das werde ich jetzt noch als erstes gleich zeigen und dann gehe ich eben auf die Schubläden ein. Ja, wir werden trotzdem die großen Schubläden schon fertig bauen und die kleinen ist genau das gleiche. Die sind nur kleiner. Wie gesagt, da fehlt ja noch das Holz. Aber die werde ich auch komplett fertig bauen und dann werden wir im nächsten Teil, werden wir dann komplett die Schubladen einbauen, die Frontblenden ausrichten und auch festschrauben natürlich. Das ist jetzt der zweite Versuch. Der erste Versuch ist, naja, missglückt, aufgrund dessen, dass ich vergessen habe, dass es ja nur 15 Millimeter sind und nicht 18 und habe somit zum Tief gebohrt. Gut. Zweiter Versuch. Das ist jetzt hier für die Drucktaster die Vorbereitung. Da werden wir jetzt erstmal, weil ich keinen 50 Millimeter Bohrer habe, werden wir jetzt hier vier kleine Löcherchen sozusagen bohren, damit wir diese Ecken weg haben. Dann werden wir hier die Mitte bzw. als allererstes werden wir mit einem 2,5 Millimeter Bohrer komplett durchbohren, damit wir auf der anderen Seite später mit einem 22 Millimeter Bohrer durchbohren können, für den Drucktaster zum durchstecken. Aber ich zeige euch das jetzt einfach. Wir machen das jetzt einfach mal. Wir machen das jetzt einfach mal. Bis zum nächsten Mal. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich habe extra darauf geachtet, dass auch die Schrift hier unten ist. Ich habe keine Ahnung, warum man dazu dieses Ding hier drehen muss. Egal. Ich habe jedenfalls aufgepasst, dass es auch so richtig ist. Und ja, so sieht das jetzt von hinten aus. Nicht hübsch, aber das ist mir egal. Das kommt jetzt hier vorne ran. So ungefähr. Und dann kann ich hier einfach ein- und ausschalten, beziehungsweise im Notfall auch mal den Note ausbetätigen. Den werde ich jetzt allerdings noch nicht anschließen, weil mir dazu ein Teil fehlt. Aber ansonsten werde ich mir, oder habe ich mir jetzt hier einfach ganz schlichte Klötzchen gebaut. Habe ich schon fertig vorgebohrt jetzt. Die werde ich hier einfach nur ranschrauben. und dann kommt das Ding einfach nur von hinten daran geschraubt. Das heißt, ich habe hier vorne keine Schrauben und es sieht schön aus. Gut, das machen wir mal. So weit habe ich jetzt alles vorbereitet. Ich habe jetzt hier doch ein Aluprofil genommen und nicht meinen alten Fräsanschlag, weil aufgrund des Wasserschadens ist der ein bisschen krumm geworden. Und somit fällt er eben aus. Daher habe ich jetzt dieses Aluprofil genommen. Es ist jetzt alles ein bisschen provisorisch, aber es geht jetzt wirklich erst mal nur darum, die Schubläden hier fertig zu machen. Am besten hier bleibt auch dran. Ich habe mir nämlich noch etwas ganz Spezielles einfallen lassen, bezogen auf diesen Fräs- oder dieses Aluprofil. Aber dazu später mehr. Ich habe jetzt mal versucht, die 8 mm auf einmal zu fräsen. Funktioniert ganz gut, aber auf Dauer für den Fräsern nicht unbedingt gut. Gut, ja, hier habe ich mal euch das Ganze von unten gezeigt. Ein bisschen Späne fliegt einem auch entgegen. Ja, dann habe ich mir mal eine kleine Spezialhalterung gebaut und habe mal versucht, von oben was zu filmen. Ich hoffe, das hat euch ganz gut gefallen von oben. Vielleicht mache ich das ab sofort dann auch mal öfters. Ja, ansonsten habe ich eben alles abgeschliffen und dann die Nut eben quasi auch mit der Hand dann nochmal ein bisschen nachgeschliffen. Eins vielleicht noch zu dem Mirka-Schleifer. Also ich bin echt total überzeugt von dem. Und in Kombination mit diesen Schleifgittern, perfekt. Nachdem ich dann alles vorgebohrt, habe und gesenkt habe, habe ich dann die Teile mit Leim versehen und habe sie zusammengeleimt und anschließend dann zusätzlich eben noch verschraubt. Die erste Schublade ist jetzt fertig. Jetzt mache ich noch die anderen drei, also von den großen jedenfalls. Dann kommen wir noch mal kurz zu meinem provisorischen Fräsanschlag. Ich hatte ja vorhin gesagt, dass wir noch mal etwas später darauf zukommen oder dass ich den noch mal erwähnen werde. Und zwar, wer von euch erkennt das? Es wird ein kleines Rätsel geben, wer von euch das erkennt, wo das mal angeschraubt gewesen ist. Also normalerweise, ich glaube, an jeder Seite sind so knapp 50 Zentimeter abgeschnitten. Als kleiner Tipp eben. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Es ist etwas schmutzend hier drinnen noch. Ich sage jetzt euch nicht, was es ist. Hier könnt ihr mal das Profil sehen. So sieht das aus. Also, wie gesagt, wo war es mal angeschraubt? Was kann man hier drauf ablehnen? Oder was wurde hier drauf abgelegt? Ich bin echt gespannt, ob das jemand errät. Für die ersten beiden, die das erraten, die bekommen ein Überraschungspaket. Ich werde mal gucken, was ich von meinem Partner noch da habe. Gucken, ob vielleicht ein Partner eventuell mir noch was zuschickt. Und ja, ich bin gespannt, ob es jemand errät. Schreibt es einfach unten in die Kommentare rein. Ich warte so lange, bis wirklich zwei Leute es geschrieben haben. Am besten, ihr setzt mal noch Hashtag Rätsel da vor. Dann ist es noch einfacher. Ich blende euch das mal unten ein. Ja, und dann eure Lösung. Und da bin ich echt gespannt. Ich wünsche euch jedenfalls viel Glück. Die erste Schublade ist nun komplett fertig. Ich habe sie, wie gesagt, geleimt, verschraubt und auch schon von innen, hatte ich ja vorher schon geschliffen, aber jetzt auch schon von außen fertig geschliffen. Und ja, wie gesagt, das ist eben die erste Schublade. Hier ist die zweite. Hier ist die dritte. Und hier ist die vierte. Die großen Schublade sind nun alle komplett fertig. Wie gesagt, die sind wirklich komplett fertig. Die sind geschliffen, innen und außen. Und ja, warten eigentlich nur noch auf den Einbau. Und ja, das verzögert sich ja leider etwas. Aber ja, ich hoffe, ihr seid nicht allzu traurig, dass ich das leider dann doch nochmal verschieben muss. Ich hätte es auch so gerne fertig gehabt, aber ja, leider zieht sich das so ein bisschen wie Kaugummi. Aber ich bin trotzdem echt total froh. Die Schubläden oder die großen Schubläden sind, wie gesagt, fertig. Die Platte hier mit dem, ich weiß gerade nicht, ob ihr das sehen könnt, aber ich habe es ja euch schon gezeigt, mit dem Ein- und Ausschalter und dem Notaus, auch wenn der noch nicht angeschlossen ist, aber das kommt definitiv noch. Der ist nicht so zum Spaß da dran. Ja, wie gesagt, einen kleinen Vorab-Test habt ihr ja quasi auch schon gesehen. Auch wenn es, wie gesagt, mit dem provisorischen Fräsanschlag jetzt nur gewesen ist. Aber erst mal muss das so sein, weil, wie gesagt, den Fräsanschlag, den ich geplant habe, der, ja, steckt noch in den Kinderfüßschuhen, in den Kinderschuhen. Aber der wird, wie gesagt, richtig cool. Und deswegen dauert es eben ein bisschen. Also ich stecke noch in der Planung. Nur mal so zur Information. Ja, letztendlich ist trotzdem, oder letztendlich funktioniert sie eben. Man kann schon mit arbeiten, auch wenn nur so ein bisschen, naja, ich sage mal, na, provisorisch. Aber trotzdem, die Schublin konnte ich damit eben schon ohne Probleme bauen und somit für mich perfekt. Ich würde sagen, das war es jetzt erst mal mit dem Teil. Es tut mir echt leid, dass ich den wirklich nicht komplett fertig machen konnte, wie eigentlich, ja, geplant. Aber, ja, so ist es leider. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt und denkt unten dran, in den Kommentaren, auch das Rätsel mitmachen. Einfach Hashtag Rätsel und dann eure Antwort. Die ersten beiden bekommen ein Überraschungspaket. Jo, ich wünsche euch ein schönes Restwochenende. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao, ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020